Schön ist es auch, dass wir jetzt zusammen sind und dass wir alle gekommen sind zu einem Thema, das so sehr weit ist. Natürlich, da kann man auf ganz verschiedene Weise einsteigen. Es ist ja das Leben eines Menschen nicht eine Institution. Und das Leben eines Menschen hat halt sehr viele, das Selten ist sehr weit und breit, sehr lang. Das habe ich ja selber auch gemerkt, auch an meinem eigenen Weg. Da können Überraschungen warten, Dinge, an die man nie gedacht hat, in die eine oder in die andere Richtung. Und einzutauchen in dieses Leben erst einmal, also ohne jedes religiöse Vorzeichen. Ich glaube, das war für Fré-Bosché auch sehr wichtig. Bevor ich da zu ihm was sage, wollte ich auch noch mal sagen, Ich war 1972 das erste Mal in der See, das ist jetzt 50 Jahre her, während der Olympischen Spiele in München. Und das nur deutlich wurde, vielleicht nicht bei diesem allerersten Besuch, der nur sehr kurz war. Das war auch ein Wort, das mit der Liebe zusammenhängt, aber das war nur das Wort, Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe besser. Was jemand sogar umgedreht hat, ein Kirchenvater, Maximus der Bekenner, und gesagt hat, die Liebe ist Gott. Also auch das ist in der Tradition der Kirche erlaubt. Und das ist mir natürlich im Religionsunterricht, ich stamm aus Regensburg, oft gesagt worden, das habe ich sicher auch gelesen, das habe ich in der Jugendarbeit in der Pfarre. Sicher ist mir das begegnet in Predigten ohnehin. Aber aufgegangen ist mir das in Tissé. Und wenn man jetzt so ein Wort nimmt, das Sie ganz bewusst ja auch gesagt haben, das kennt man aus anderen Umgebungen, nämlich Anstifter, nicht unbedingt nur positiv, dann bringe ich das natürlich in Verbindung mit diesem Wort. Also Gott ist die Liebe, ich höre das, es erscheint mir ein bisschen groß, ich frage mich, was hat das mit mir überhaupt zu tun? Das sind alles Fragen, die sich Regensburg gestellt hat, und zwar schon in sehr jungen Jahren. Wie kann ich das möglicherweise in meinem Leben umsetzen? Später hat er gesagt, verwirkliche das Wenige, das ist ein Spruch, den kann man viel in Kalendern lesen heutzutage, verwirkliche das Wenige, was du begriffen hast vom Evangelium. Also das war das, was er ausdrücken wollte. Gott ist die Liebe. Gut, man wird jetzt vielleicht nicht sagen, dass das Wenige ist vom Evangelium, Gott ist die Liebe, aber... Für ihn war es wichtig, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das ein Graffiti in der Kirche, in der sein Vater Dienst tat. Er war der Sohn eines evangelischen Pfarrers aus einer der beiden Kantonskirchen in der Westschweiz im Badland, Kanton Wod, und in der Kirche, in der es praktisch keinen Altar gab, Tabernate ohne ihm nicht, sondern ein Holztisch, der viermal im Jahr, glaube ich, rausgeholt wurde, um Abendmahl zu feiern, da stand das an der Wand, unter anderem mit anderen Bibelsprüchen. Gott ist die Liebe. Er hat das also schon sehr früh gesehen. Wie kann ich Anstifter sein unter so einem Wort? Das ist ihm, glaube ich, mit der Zeit immer deutlicher geworden, dass da sehr viel für ihn drinsteckt. Und er hat auch diese Liebe immer verstanden als etwas, was einen sehr weit führt. Und zwar jetzt nicht weit führt in der Selbstvervollkommnung oder in der Selbstverbesserung, sondern weit führt dorthin, wo die ganz anderen sind. Wo Menschen sind, die nicht so sind wie ich. Und wo Menschen sind vor allem auch in der Bedrängnis. Also das war für ihn etwas Wichtiges. Und er hat diese Liebe, von der also gesagt wird, dass Gott sie ist, vielleicht zum allerersten Mal so richtig gespürt und gefunden. Natürlich die Mutter- und Vaterliebe in der Familie, das lassen wir jetzt mal stehen. Aber wie ihm seine Großmutter ankam aus dem Norden Frankreichs gegen Ende des Ersten Weltkriegs, wo sie vor den heram stürmenden deutschen Truppen ältere Leute und schwangere Frauen, also die, die immer draufzahlen in jedem Krieg, auch jetzt wieder, in dem wir leider in unserer relativen Nähe erleben müssen und miterleben müssen. Diese Frau hat ihn zutiefst beeindruckt, dass sie Leute aufgenommen hat, die die Bedrängtesten waren in diesem Moment. Und sie kam dann nach dem Krieg in das Badland. Sie musste selber dann fliehen, wie das immer schwieriger wurde. Und vielleicht war sie auch ausgebombt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall war sie dann im Badland, kam an, abends mit einem Auto, mit gelben Scheinwerfern und eingepackten. Eine rote Decke wurde reingetragen und fiel als erstes in Ohnmacht nach dieser langen Flucht zusammen mit einer Tochter. Das ist ein Bild, das ist Ferrochi geblieben bis zum Schluss. Er hat es sehr oft auch am Ende immer mal erzählt beim Mittagessen, wo er sich sehr viel Zeit nahm und auch den Brüdern diese Zeit gönnte, mal von ihm Dinge zu sagen, die ihn bewegten. Und wo er denkt, dass das auch den See dann weitertragen kann. Diese Frau hat dann auch eigentlich ihn geprägt, wieder über seine Schwester, wie auch dieser Großmutter sehr ähnlich sah, Genevieve, also ich erinnere uns heute mal erst von Frauen, die es gewagt hat, mit ihm nach Frankreich zu gehen, in einem Moment, wo die Deutschen schon wieder da waren. Gott sei Dank ist es seitdem nicht mehr passiert. Hoffen wir, dass es so bleibt. Sicher ist nichts. Jedenfalls hat diese Schwester dann, die Ferrochi alleine, also wir sind jetzt im Jahr 1940, alleine dann nach Frankreich gegangen war. Sie hat sich dann um Kriegsweisen dort gekümmert und auch eigentlich mitgeholfen, dieses verlassene Riesenhaus, das er dort erwerben konnte, um anzustiften, die also ihn da begleitet hat. Ich wusste das nicht. Ich habe immer gedacht, sie kam erst später, aber sie kam praktisch sehr schnell ihm hinterher. Und er kam ja praktisch in diese Gegend etwa sechs Wochen, nachdem die Deutschen da angekommen waren, beziehungsweise es war an der Demandationslinie zwischen dem freien Teil und dem besetzten Teil von Frankreich, was dazu führte, dass Ferrochi sehr schnell plötzlich Gäste vor der Tür stehen hatte, Flüchtlinge, also wir sind absolut in der Gegenwart und merken schon, wozu er anstiftet. Nämlich diese Flüchtlinge hat er aufgenommen. Er wollte ja in Tissé nicht alleine in diesem großen Haus sein, es waren aber noch keine Gefährten, soll ich mal so. Und ich klicke da. Aber ich habe versucht, dieses Haus sofort zu nützen, beziehungsweise die Leute standen vor der Tür und fragten, ob sie übernachten können. Und das waren zum Teil Juden, zum Teil Leute, die aus nicht ihrer Religion willen, sondern ihrer politischen Einstellung willen, fliehen mussten von der Besetzten in die freie Zone. Es gab ein ganzes Netz, das ging runter nach Lyon. Da war auch ein Pfarrer sehr engagiert und auch einige Leute aus der evangelischen Kirche und auch andere. Und Ferrochi hat also eigentlich, bevor er überhaupt ein gemeinsames Leben in Tissé anfangen konnte, schon Menschen beherbergt. Das ist das eine. Und das andere, was für ihn auch immer wichtig war, er hat von Anfang an drei Seiten des Gebets gehalten in seinem Haus für sich alleine. Also er hat nicht gewartet, bis eine Versammlung, ein Symbol der Kirche, eine Gemeinschaft möglich wurde, sondern er hat sofort unmittelbar selber angefangen. Beides ist für mich, glaube ich, sehr bemerkenswert und hat sich später niedergeschlagen, ja in einem Ausdruck, der ja auch Karriere gemacht hat, sagen wir mal, in der Spiritualität der ganzen Kirche, nämlich Kampf und Kontemplation. Also es war ihm vollkommen klar, dass man nichts Religiöses irgendwie voranbringen kann oder nicht zu etwas anspenden kann, was Gottes ist, wenn man sich selber nicht auch eben auf die Menschen zubewegt, die Nähe brauchen und zwar nicht nur, um sich wohlzufühlen, sondern um zu überleben möglicherweise überhaupt nur. Das ist für ihn ganz wichtig gewesen. Jetzt war das so, dass der große Amtstifter Fré-Voschée, ich glaube jetzt mal bei dem Wort, weil Sie das vorhin auch extra erwähnt haben, und es ist ja auch ein Titel, dass dieser Amtstifter Fré-Voschée eine große Sorge hatte, wie er diese Leute aufgenommen hat. Und das war nicht unbedingt die Sorge, was ihn dann natürlich ereilt hat, dass wir sind ja auf dem Land und nicht in einer anonymen Feststadt, sondern in einem ganz, ganz kleinen Dorf zwischen Dijon und Lyon eben, also oder wer den Wein kennt zwischen Burgunda und Baudelaire, oder wer die Kühe kennt zwischen Baudelaire und die Hühner, das wäre dann die Press, also in einem wunderschönen Amtstrich eigentlich, nur gab es da überall halt auch Leute, die Gründe hatten andere zu beobachten und danach Gründe hatten andere zu denunzieren, aus welchen Gründen auch immer. Das hat ihn später ereilt, aber das war nicht seine erste Sorge, Sorge, sondern die Sorge war die, ich nehme Leute auf, ich habe hier eine kleine Kapelle eingerichtet, die merken ja, weil wir sind ja zusammen gewesen mit nichts, Brennnesselsuppe und eine aufgelastene Weinbergschmeckensucht, also da ist man natürlich wieder interessiert, aber das war damals keine Gourmandise. Also sie waren eng zusammen, aber der Fräerische wollte eines auf keinen Fall, nämlich dass einer von diesen Menschen, ob er jetzt Jude war oder Atheist oder noch anders, oder dass die sich aus Dankbarkeit verpflichtet fühlen könnten, an seinem Gebet herzunehmen. Also der Fräerische ging an diesem Gebet, aber er wollte nicht auf diese Weise anstiften. Und das muss man natürlich auch wieder wissen, er war kein Fanatiker, er war keiner, der sich um sich gedreht hat, er kam von den Menschen her und von dieser Sorge, was in der damaligen Zeit natürlich auch sehr klar hervorkam, es werden Menschen, es werden Massen manipuliert, ich bin da nicht dabei. Wenn irgendetwas wachsen kann, dann kommt das nicht daher, dass ich Leute in irgendeiner Weise im Griff habe, in die Hand bekomme, oder dass sie mir etwas schuldig sind und ich dann sage, wohin die Abzahlung dieser Schuld bestehen könnte. Da war er ganz unbestechlich, ganz klar. Und das hat er, glaube ich, aus seiner Familie, wohl auch von seinem Vater her, hat er das mitbekommen. Also das war für ihn, also das sieht man schon, da ist alles ein bisschen anders, wie jemand, der jetzt irgendeine Bewegung gründen will und jetzt mit allen Mitteln sich freut, dass da Leute kommen und da jetzt was draus machen. So hat er die Kirche nie gesehen. Und wenn in dem Bibel jetzt, es heißt die Kirche von morgen, ist das ja die Kirche von jeher. Es gibt ja nicht Fünferlei-Kirchen und es gibt Etappen in der Kirche ganz bestimmt, aber es ist die Kirche von morgen. Heißt für mich jetzt übersetzt, also nur jetzt mal von dieser, in diesen kleinen Eingreisen her, aus einem Punkt im Leben von Frère-Vous-Ché, Kirche von morgen, heißt natürlich genau das. Wir geben alles und die Menschen werden wissen, was sie damit anfangen können und diese Gratuität, also dieses Unentgeltlichkeit, Selbstlosigkeit, das hat im Grunde aus meiner Sicht von jeher auch die Jugendtreffen dann später in Tissé so echt gemacht. Ob das immer hundertprozentig durchgehalten werden konnte, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dass natürlich Frère-Vous-Ché immer allen eingeschärft hat, dass es eben, jetzt sage ich das wieder so, nichts Selbstverständliches, dass überhaupt ein Mensch nach Tissé kommt, das war für ihn ganz klar. Und dass diese jungen Leute nicht hier jetzt in Tissé sind, also jetzt springe ich nochmal 30 Jahre weiter, dass die, also in den 70er eben, dass die nicht nach Tissé kommen, damit wir sie jetzt haben und jetzt mit ihnen also da was draus machen können. Das wurde in der Kirche allgemein zum Teil sehr gut verstanden und zum Teil überhaupt nicht. Und es gab Leute, die gesagt haben, das habe ich ja selber dann miterlebt, Tissé ist was für Jugendliche, die eigentlich, ja so, früher nannte man das laue Christen, ich weiß nur, wenn der Ausdruck was sagt, also Leute, die eigentlich das nicht ganz so ernst meinen, die fahren halt mal nach Burgund, ja, früher war in Tissé, waren auch die Treffen sehr frei, da haben auch Jungen und Mädchen in den selben Zelten übernachtet, das hat dann keiner gestört, aber sehr bald, sehr bald, kamen Leute, die halt gesagt haben, also wo solche Verhältnisse herrschen, kann es ja mit dem Glauben nicht weit her sein. Und auch, man muss doch, wenn die Jugendlichen jetzt schon kommen, wenn man die eine Woche hat und die können ja praktisch nirgendwo hin, muss man denen doch richtig was reingeben, damit die da, also dann genordet sind sozusagen, sagen soll ich jetzt mal, eigentlich muss man sagen, eher geostet, ex orientalus, dass die dann da also ein für alle Mal mit dem Glauben geimpft sind. Oder, wir brauchen in der Kirche Leute, die also bestimmte Ämter und so weiter übernehmen und Tissé ist doch ein toller Wort, so nach dem Motto, das habe ich selber gehört, ja, ihr Brüder, die Jugendlichen, die fressen doch euch sozusagen aus der Hand, die haben doch ein Vertrauen in euch, wie es nirgendwo fast gibt. Warum macht ihr nichts draus? Also dieses Ausfalten, das Zweck zu halten, den anderen wirklich ganz zu sich kommen zu lassen, zu sich. Und damit auch natürlich zu dem, was Gott ihnen gelegt hat, wenn man das jetzt im Gebühr sagen möchte, das wurde, da haben viele dann nicht vertraut. Und das war aus meiner Sicht waren das die sogenannten Laubenkristen. Also sie haben ihre eigenen, eigentlich der Tiefe ihrer eigenen Überzeugung, nicht Glauben schenken können und versuchten andere Mittel anverwenden. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen streng, aber ich habe es im Hinterkopf halt immer erlebt und ich kriege das auch nicht weg. Und ich glaube, dass das für den Fré-Roché ein ganz großer Ansporn war, aber eben nicht ein Ansporn, jetzt irgendwelche Dinge zu erfinden. Also es gab eine Pädagogik von Thyssen. Es gab auch im Grunde keine besondere, das wollte er nie, eine besondere Theologie von Thyssen und das Urippalität von Thyssen, sondern dass es hat ihn auch wiederum dazu angestiftet, eben ganz einfach zu bleiben. Ganz herzlich, ganz nah an den Menschen und dann natürlich, das war der große Unterschied zu den Treppen, wenn sie sagen, wenn jemand nach Thyssen kommt, ist es natürlich, um am Leben dort teilzunehmen. Wir hatten ja nicht mehr jungen Leute wie damals die Flüchtlinge, die gekommen sind aus Not, die nicht wussten, wohin, die wie in einem inneren Zwang ja irgendwo unter Schlupf finden mussten, sondern die sind ja alle freiwillig nach Thyssen gefahren. Und das war natürlich schon klar, wer nach Thyssen kommt und eine Woche da verbringt, kommt ja im Grunde, da kommen wir jetzt auf die andere Dimension, auch in eine Gemeinschaft. Er sucht auch eine Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen. Sonst kann ich eine Berghütte fahren oder eine Einzidelei oder sonst wo hin. Ich möchte ja Gemeinschaft mit anderen haben. Gemeinschaft war ja damals das Stichwort auch in der katholischen Jugendarbeit überall. Schon die Gemeinschaftsmesse, die Guardine damals, das war ja nochmal viel früher, aber dann später die Gemeinschaft als Stichwort für die ganze Jugendarbeit. Und das war natürlich ein bisschen schon wichtig, dass wenn man schon dort ist, dass man sich auch begegnet. Und deswegen hatte Fré-Rogé da natürlich kein Problem, dass alle zu den gemeinsamen Gebeten kamen und dass das auch ein Engagement war, von denen die hinfuhr, dann teilzunehmen. Jetzt ist es natürlich wieder so, dass man sich fragen kann, woher kam denn aber dann die Gemeinschaft in diesen gemeinsamen Gebeten? Ganz am Anfang hat Fré-Rogé eigentlich zusammen mit Fré Max, der ein großer Liturgiker war, davon habe ich auch noch gehört sozusagen, hat er natürlich ein, haben sie ein Stundengebet aufgebaut, das aus dem katholischen, also aus der Tradition des Stundengebetes kam und aber auch also Elemente hatte von katholisierenden, wie das in der katholischen Kirche und Gemeinschaften, die da auch so ein bisschen entstanden waren, vor allem unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. Die hatten auch ihre Gebetszeiten, ihre Tagesgebete, das wurde zusammengeführt und daraus entstand ein Buch, das hieß L'Offic de Thésée, also der Name ist schon, Office heißt ja auch das Amt, also sagen wir, das Tagzeitengebet ist keine gute, keine gute Übersetzung dafür, es ist ein verpflichtendes Gebet, Gebet könnte man so in die Dichtung sagen. dieses Gebet war mit allem, mit einer ganz großen Ordnung ausgestattet, da gab es die Gesänge dazu, da gab es drei Psalmen pro Gebet, also alles, was man heute noch in bestimmten höchsten Empfindung hat und das hat auch sehr gut funktioniert, das hat auch sehr viele evangelische Ditarren beeindruckt, aber dann kamen eben die Jugendlichen und Frérusche wollte natürlich, dass diese Jugendlichen was auszusehen würden, das war ja nie die Frage, die Frage war nur, wie, da hat er gewerkt, dass ein Gebet, das aus einem Wortschwall besteht, also wo ungeheuer viele Worte fallen und wenn man dann dem Psalm hinter sich hat, kommt als nächstes ein Tagesgebet und so weiter, dass das nicht möglich war, den Jugendlichen auf die Dauer zu bieten und zu verlangen, was zu kommen, also eine oder das andere, also schon ein schönes Gebet für ganz hochdehende Christen, die also jetzt ihr Alltagsleben nochmal stärker leben wollen, das war ja im Grunde auch in der Kirchengeschichte der Ausgang von Leuten, die sich zusammengeschlossen haben, die wollten jetzt nicht so als Christen abgelenkt in der Gesellschaft sein, sondern eben in der Wüste oder sonst wo und da möglichst hochkarätig und auch rein karätig den Glauben zu leben und da hat eben Frérusche gemerkt, das ist nicht der Weg von Thesée und wir haben eine wunderbare Liturgie, aber leider müssen wir die jetzt vollkommen verändern und da können Sie auch heute sagen, wie begeistert da bestimmte Leute waren und ich habe selber, da muss ich mir jetzt doch ins Spiel bringen, kurz, ich habe selber, wie ich dorthin fuhr, ja noch diese in Anführungszeichen alte Stundengebäßliturgie erlebt und war ja damals auch ein interessierter junger Christ, der sich durchaus fortbilden wollte, sich sehr gefreut, ich konnte noch dazu Französisch, konnte also diese Freizeitfangen auch genießen und so weiter und ich war also kaum dann näher an der Community dran, sage ich mal, wo das also plötzlich zusammengestrichen wurde, kann man schon sagen und ich selber in mir, das war mein erstes Semester an der Uni Rebellion, sind wir immer hingefahren, so gut das ging, in mir so eine kleine Rebellion hochkam nach dem Motto, also das ist doch unter meiner Würde eigentlich oder ebenfalls, also wie wird das jetzt werden, so billig, so mit nichts fast oder jedenfalls sehr abgeschwächt, also ich weiß, das ist auch interessant, wie man sich so entwickelt und die anderen, die natürlich da länger schon dabei waren, gab es ja schon in 20, 30 Jahren, die allerersten, denen fiel das richtig schwer und ich weiß noch, dass Fré-Roschie mit einem Bruder, der von der Kirche runterging, da gibt es einen Weg von der Kirche zum Haus, der nicht durch die Treffen führt, durch die vielen Menschen, sondern extra, da ist der runtergelaufen, ich war zwei Schritte dahinter, habe gehört, was die geredet haben und da hat der Fré-Roschie zum Beispiel gesagt, also der hat nämlich die Liturgie zusammengestellt, dieser Bruder, also immer so die Zettel gemacht sozusagen und der Fré-Roschie zum sagt, ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Tagesgebiet, das lassen wir morgen einfach weg, machen wir mal zum Tagesgebiet. Es ist sowieso schon so viel Worte und das ist irgendwie, unterbricht das eigentlich alles und so, also sagt der Bruder zu ihm, der also jünger war, aber das ist doch die Ordnung beim Gebet, die Gebetsordnung, und also, der Bruder dreht sich zu dem hin und sagt, welche Ordnung, das kann man auch bei Anstifter unterbringen, Anstifter einer Kirche, die eine Ordnung hat, bloß die Ordnung ändert sich. Also wir wollen ja nicht unbedingt ins Chaos, wobei das hat auch eine Entscheidung, möglicherweise, sondern es geht um die, die kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Jünglichen kommen. Es ist etwas ganz Besonderes, diesen kleinen Wort da und wie honorieren wir ihr Kommen. Also es ist eine Ehre für uns im Grunde, dass diese Jünglichen kommen und die Abgerissene, die kamen und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe jetzt leider kein Foto von mir dabei, wie ich das erste Mal dort war, der Lange Haare, Nato, Oliv, Aka, ausgebleichte und möglichst nichts an. Also am besten ohne Schule. Können Sie sich ja vorstellen, wie das auf so einem Ort getroffen ist, wo vorher noch etwas stattfand, was man natürlich jetzt auch wieder erwähnen müsste bei Treroche, nämlich ökumenische Konferenzen, wo also Leute in feinen Zwirn aufgetreten sind und auch mit gewissen kirchlichen Autoritäten ausgestattet und so weiter. Die haben sich ja dort versammelt und dann war die sehr längere Zeit ein Geheimtipp für die Pfarrerschaft schon verschiedener Kirchen und auf einmal kamen also abgerissene Jugendliche an, von denen man auch nicht ganz genau wusste, was sie in den Taschen hatten und waren da einfach da, als wären sie schon immer nach der See gekommen. Also es fanden im Grunde eine nicht feindliche, aber doch eine jugendliche Übernahme der Sache statt und Treroche hat super geschaltet. Ich glaube, es hat ihn sehr gelangweilt und verzeiht, was vorher war. Also es war ihm ein bisschen zu eng und zu sehr kirchlich und alles. Also es ging wieder genau in seine Richtung und er hat das als Chance ergriffen. Und die anderen Brüder eben zum Teil nicht. Die haben sich nicht von diesen Jugendlichen anstiften lassen, denn das gehört ja auch dazu, dass man sich anstiften lässt von, also mir passiert es, aber da bin ich jetzt nicht dabei, oft in der Regionalbahn. Ich war mit kein Auto, ich war nur mit der öffentlichen Verkehrsmittel. Da kommt man oft mit Leuten zusammen, die einem allerhand eingeben, was man in keinem Seminar um den Ruf hin kann. Das möchte ich nur so sagen. Ja gut, die Brüder haben gesagt, pass mal auf, wir sind doch eigentlich hierher gegangen, weil wir in der Ruhe ein gemeinsames Leben führen wollten. Ein Gleichnis der Gemeinschaft für die Einheit der Kirche vorweggenommen in einer Gemeinschaft mit damals ja ein, zwei katholischen Brüdern, die halt heimlich da dabei waren, damit in Rom keiner nervös wird eine lange Zeit, aber dann auch später richtig dabei sein konnten. Wir wollen doch dieses Gleichnis leben, wir sind doch extra, haben uns zurückgezogen aufs Land und so weiter und jetzt werden wir eingeholt von den Jugendlichen und einer hat gleich gesagt, da gehen wir woanders hin. Also der hat gesagt, ich weiß einen Ort, dann fangen wir da wieder an und überlassen, dass sie den Jugendlichen, die sollen dann machen, was sie wollen, auch Gebete, wenn sie wollen, aber wir gehen weg. Der Berger ist nicht dumm gewesen, niemals, der war sehr schlau, schlau und fromm, schließt sich überhaupt nicht aus und hat gesagt, ja, wir können schon woanders hingehen, bloß da finden die uns halt wieder. Das war für ihn gar keine Lösung und so ist er eben dort geblieben, aber man darf nie vergessen, das hat er dann schon mitgemacht, weil er ja jemand war, der auch wirklich auf seine Brüder eingegangen ist. Die Jugendlichen mussten im Nachbardorf, selten. Also lange Zeit durften die direkt auf dem Hügel gar nicht sein, sollten aber dann zu den drei Gebeten kommen, wollten auch. Und dann waren die am Fuß des Hüges eine Weile, da war so eine Wiese mit Tümpen, zu teichen. Da haben sich die angesichtet und irgendwann, wie der Fräger halt so war, das war immer so, dann langsam ist das hochgerutscht und auf einmal war halt mal ein Zelt da oben und auf einmal war da ein ganzes, also waren die Treffen, so wie man sie von den Fotos aus den 70ern, ab den 70ern kennt. Also ich will damit nur so beschreiben, wie er vorgegangen ist und er hat halt immer gesehen, er hat immer alles von den Menschen her gesehen. Also raus aus diesem Binnenbereich, raus aus dem Abgeschlossenen, ins Offene. Und deswegen konnte er ja auch nicht diese Konfessionalisierung ertragen. Das war ja nicht, weil er gesagt hat, Evangelischen, Katholiken und so weiter, sondern was er nicht ertragen hat, war ja nicht die Erträge der Entwicklung in der Kirche, auch in Zeiten der Trennung dann. Was da alles gewachsen ist, im Gegenteil, da hat er ja gesagt, es ist doch eigentlich alles da. Die Frage ist nur, wir können das wirklich miteinander teilen. Denn sonst werden wir etwas, was es ja in den Gesellschaften gibt und möglicherweise heute die größte Bedrohung ist, unserer, ich sage es nicht noch, aber doch auch nicht selbstverständlichen, freien und pluralen Gesellschaften, nämlich, dass sich wieder Suchmilieus bilden, dass sich Leute zurückziehen, dass die Gleichgesinnten sich treffen und versuchen dann möglichst, die anderen auf ihre Seite zu ziehen und daraus etwas zu machen, was halt dann wieder im Desaster endet. Wenn Sie mir erlauben, wenn Sie mir erlauben, mal ganz kurz da was zu sagen, was jetzt sehr entlegen zu sein scheint, aber genau das trifft, was ich meine, ist, als Göppels im Reichstag, also vor der Machtergreifung in den 20er Jahren, sagte, wir sind keine Partei, die NSDAP, heißt zwar so, wir sind keine Partei, wir sind eine Bewegung, hat das damals kein Mensch verstanden, was er meint. Das fanden die, na gut, wenn es keine Partei sind, soll der Bewegung die so gut machen, was sie wollen. Wir haben ja heute auch alle in der Partei, mal sehen, was dabei rauskommt. Nee, der hat ganz klar gesagt, uns gehört, also hat er nicht so gesagt, natürlich, aber das steckte drin, Parteien, das ist Systemzeit, hieß dann die Demokratie in der Nazizeit, das ist Teil der Systemzeit, also die Parteien, die streiten sich eh nur rum, der Reichstag ist eine Schwarzbude, wir sind eine Volksbewegung, füttelig. Hat keiner mitgekriegt, aber genau das haben die Nazisten natürlich dann durchgeführt und haben die Leute angestiftet, da sind wir jetzt eben bei dieser gefährlichen Zeit, mit dieses Wortes, haben Leute angestiftet, natürlich auch aus der Not heraus, haben da, Hitler bringt Arbeit und Brot und all diese Dinge, man kann das ja hier in Wien sich sowas gar nicht sagen, da war das ja in gewissem Sinn noch verstärkter, noch offener, wenn man die österreichische Geschichte liest, da kann man ja nur bewundern, muss ich jetzt echt als Deutsche sagen, was hier alles gewesen ist, natürlich, um Anschluss zu leben, haben wir lieber gar nicht, aber so ging das an und auch in vollkommener Freiheit, da war noch kein Zwang, da konnte man im Reichstag sagen, was man wollte. Das Einzige, was die Leute im Reichstag fertiggebracht haben, war, denen anzuklagen, dass er nicht gedient hat im Ersten Weltkrieg, verstehen Sie? Er hat gesagt, ja, der braucht doch gar keine Rede haben, der war doch gar nicht an der Front, weil er hatte ja irgendein Leiden mit den Füßen und die waren noch in ihrem Erkriebs, also völlig an einem anderen Schauplatz und haben gar nicht gemerkt, was da gerade passiert. Und das sage ich nur jetzt im Kontrast zu dem Férodé, gar nicht politisch natürlich, Sie verstehen mich richtig, sondern einfach nur, welche Feindlichkeit er hatte, rauszuspüren, was also diesen Jugendlichen was geben könnte und vor allem auch immer die Frage, verderben wir es jetzt nicht uns mit den Jugendlichen, der konnte auch mal sehr klar sein, sondern verderben wir die Jugendlichen für die Kirche von morgen. Also benutzen wir die Jugendlichen einer Art, die der Zukunft der Kirche nicht zugänglich ist, wobei man nicht immer noch sehen muss, Zukunft der Kirche ist jetzt nicht die Geschichte der Kirche einfach, sondern da kommen wir jetzt in die Tiefe, die Zukunft ist, Jesus Christus, der auf uns zukommt. Wir sind ja provisorisch unterwegs mit dem Ganzen und das war zum Beispiel auch ganz klar in der Liturgie, warum sie streiten über die liturgische Formen, es wird uns sowieso einer sagen. Es kommt die große Liturgie im Himmel mit 144.000 Zeugen und die ganzen Engel-Hierarchien, also was machen wir eigentlich auf der Erde, wir spielen da in so einem liturgischen Sandkasten rum und zerstören uns gegenseitig die Wagenburgen, weil die einen haben dann die richtige Abendmahl und die anderen haben also den Götzen und was da alles war und wiederkommen kann und ist halt, wenn man sich da konfessionell reinversteigert, sagt der Fré-Hierarchien, also das ist ja so unbedeutend, wenn man mal die großen Zusammenhänge sieht und da heißt eben die Kirche von Morgen ist halt auch die Kirche, die nochmal ganz anders sein wird. Ja und da war er, und das hat mich natürlich, also muss ich wirklich sagen, in mir etwas geweckt, wodurch er mich auch angestippt hat, kann man so sagen, aber in aller Freiheit zu sehen und die freie Kirche, also was ist das mit geworden, das ist ja eigentlich nur zur Ehre und der ist, wie glaube ich, wenn ich jetzt so das so sagen kann und auch so dastehen kann. Und dann ging es halt darum, was geben wir diesen Jugendlichen, die zu uns kommen, Steine, oder Brot. Und was ist Brot für Sie? Und dieses Brot war natürlich etwas, also wir sind auch und das alle was zu essen bekommen haben und die Jugendlichen das auch selber gemacht haben, die Partizipation, das war damals schon ganz wichtig, die Teilhabe, mitmachen, Teil davon sein, war für mich auch eine große Erfahrung, den einfachsten Mitteln, aber was können wir ihnen eben geben und wuchern konnte der Fré-Rolphe, also ich bleibe jetzt über ihm und die ganze Gemeinschaft, wuchern konnte er mit zwei Dingen, nämlich seine Liebe zu der Stimme und seine Liebe zum Gesang. Also das war im Grunde Herzstück dieser Treffen, letztlich jetzt die Innenseite der Treffen, die Außenseite war sehr bunt, die war sehr nahe an Woodstock, muss ich sagen, ich habe mir jetzt mal Woodstock näher untersucht und da kann ich auch wieder nur sagen, Huhn ab, weil irgendwas da gelaufen ist und das gehört für mich irgendwo zu Thesie dazu, der Moschee hatte wenig Ahnung von der Bachmusik, aber es lag halt damals alles in der Luft, was Woodstock kristallisiert hat, war ja irgendwo zu spüren, ich kann da auch noch mal vielleicht kurz darauf eingehen, aber erstmal die Stille und die Gesänge, das Singen oder überhaupt die Musik, aber ja, die Stille hat bei euch wie immer eingebaut in sein Gebet, das kam von einer Gruppe, die hieß Le Bayeur, die aufgerufen hat, das war eine evangelische, evangelikale Gruppe aus Straßburg, wenn ich recht weiß, aber auch mit Verbindung ins Badland, da hatte er als junger Student, war er da Teil davon, das war zum Teil eine sehr sprenge Angelegenheit mit täglicher Gewissenserforschung, aber eben auch so einen Moment der Stille, also das hat eine Rolle gespielt, denn im evangelischen Gottesdienst hat bei Rolle die Stille noch weniger eine Rolle gespielt wie in den katholischen Gottesdiensten, also auch in der tridentinischen Metze, wenn wir das zurückbefolgen, gibt es einen Augenblick, wo Stille vorgesehen ist, und zwar ist das, wenn der Priester dann sagt, Orate Frates oder Orimus, zwischen dem Orimus und dem Beginn dann eben eines Gebets, kann man, wer der Priester frei, so lange er möchte, still zu halten. Das ist natürlich in der Praxis zusammengeschnürt, also bei einer 20-Minuten-Messe kann man nicht zehn Minuten Stille halten, aber es ist natürlich, also für den Träugier, der ja dann verpflichtet war, weder den einen noch den anderen, für den war das sehr wichtig, und dass man die Stille auch nicht mehr alleine hält, sondern gemeinsam und dass man, wenn man dreimal am Tag in der Stille zusammenkommt, ob das jetzt die Brüder sind oder mit den Jugendlichen, dass das die ganze Gemeinschaft, das gemeinsame Leben der Brüder und das gemeinschaftliche Leben der Jugendlichen eine Woche, dass das alles verändert. Und das ist da glaube ich, wo so viele dann in Kesee, ohne da jetzt dran zu denken, gesagt haben, ist ein besonderer Wort, ich fühle mich hier aufgenommen, man geht anders miteinander um und so weiter. Das war nicht nur das, aber es war etwas sehr Wichtiges. Wenn wir zusammen Stille halten können, dann wächst da auch etwas und die Stille ist eigentlich ein bisschen böse, nicht dazu da, Meditation zu vervollkommen und auch nicht für eine Gruppe von Leuten, die halt gerne meditieren, sondern Stille ist wirklich für alle da. Und ist ja auch in der Intersee eigentlich auf alle übergesprungen, zumindest im Laufe der Tage. Ich habe schon erlebt, Konfirmandengruppen oder Firmengruppen kamen, die am ersten Abend einfach losgemacht haben. Weil das natürlich urkomisch ist, wenn plötzlich alle still sind. Der Urschi hat auch gemerkt, dass die Kinder, die ja dann immer zu ihm auch kamen, dass man nicht einfach, also dass die Angst kriegen, wenn plötzlich die Erwachsenen und die Jugendlichen alle still sind. ist da jetzt die Flange schon im Altarraum, das Kaninige bei der Schlange. Und da hatte Fréogé dann immer Kinderbücher. Und hat auch während der Stille, das war nämlich eigentlich der, der am wenigsten die Stille selber gehalten hat, weil er mit seinen Kindern beschäftigt war. Also das ist auch nochmal jetzt der Urschi in der anderen Sicht, dass er den Stur da so ein Meditationsmeister war, wobei ich die Meditationsmeister überhaupt sehr mag, aber er war es halt nicht so, sondern der konnte da lieben auch mal. Also nicht so streng, sondern irgendwie so impropuliert eingebaut in ihm drin, die Stille war unter der Haut. Die Stille war eigentlich lieben im Rumpen in einem gewissen Sinne. Das war also das eine und das andere natürlich war der Gesang. Denn ich glaube, dass er sehr gut begriffen hat, dass es nicht ganz so ohne ist, mit einer Gruppe unterwegs zu sein. Diese Gemeinschaft sollte ein Gleichnis der Gemeinschaft sein. In Wahrheit waren natürlich da die schrägsten Leute versammelt. Also wenn Sie ungefähr wissen wollen, wie es in der Communauté möglicherweise zugegangen ist, ist alles noch vor meiner Zeit, aber hat sich natürlich dann fortentwickelt, dann lesen Sie am besten, wie es Jesus mit den Jüngern erging. Das war ja auch das blanke Chaos stellenweise zumindest. Also das heißt, man fragt sich, wieso ist Jesus nicht alleine vorgebrecht? Warum musste der da zwölf Jünger mitkleppen? Ja, natürlich, weil es uns gibt es, die kennen keine Nice-Kollegium oder so, denken manche kann man ja so sehen. Aber es ist nicht ohne. Und Jesus war ja auch manchmal ziemlich ermüdet, ist alleine davon, hat seinen Club da stehen lassen und die Jünger waren aber auch ermüdet. Also das natürlich mit so jemandem wie ihm unterwegs zu sein, der ja auch ständig irgendwas angestiftet hat und sei es, dass wieder die Menschen versorgt wurden mit Brot. Ich meine, Jesus hat ja auch immer von den Menschen her gedacht, mich erbarren des Volkes die Menge, sie haben nichts zu essen. Ja, wir haben auch nichts, sagen die Jünger und so, kennen sie ja Brot von Nährung. Es ist alles kein Problem. Das Wunder ist überhaupt kein Problem. Das Problem war doch in der Praxis und da rede ich jetzt auch wieder von Tissé und das Wunder Arbeit machen. Was glauben Sie, was das für eine Arbeit war? Jetzt haben wir natürlich, der Fréritier hat das so hingekriegt, dass die Jugendlichen da sehr viel mitgeholfen haben. Die muss man natürlich auch wieder anleiten. Also von daher war das gar nicht so schlimm. Aber Fréritier hat selber gesagt, in den ersten Jahren in Tissé, wenn er daran denkt, zieht er Berge von Geschirr vor sich, die er alle abgespült und zwar ohne Maschinen. Und ich kann denen auch erzählen, wie viel Geschirr wir da abgespült haben und so weiter. Die Jugendlichen haben das dann ja bei den Treppen gemacht. Aber es macht halt einfach Arbeit. Also und sei es auch nur in Tissé rumzuschauen und da nicht Leute rumlaufen, die was klauen. Denn das ist auch eine Wirklichkeit gewesen in Tissé, denn es war ja kein Zaunhausnernung. Es war ja kein Disneyland mit Eintrittsbereich. Sondern da konnte ja jeder erst mal reinkommen und das heißt, man musste ständig schauen, was da los war. Also das war eine Arbeit, die man nicht jedem übergeben konnte. Weil manche haben dann nur noch gesehen und gesagt, Tissé ist ja wie überall, was ja auch irgendwie bestimmt war. Jetzt kommt da eben auch die Perspektive an. Jedenfalls, dass also der, dass diese Weite mit den Jugendlichen die Arbeit macht, dass die Brüder auch irgendwie dabei geblieben sind. Nicht alle waren ja auch in den Treppen drin. Ich meine, bei den Jüngern, um nochmal auf das Brot runterzukommen, das müssen wir vorstellen, zwölf Körbe voll Brot einzusammeln am Ende von einem Tag, wo sie schon am Mittag müde waren. Das müssen wir auch erst immer dazu anstiften, dass die das nicht liegen lassen. Sondern es steht da, es wurde fein säuberlich eingesammelt. Das ist sehr modern in unseren heutigen Abfalldiskussionen. Und dass da auch nichts wegkommt und so weiter. Das hier singen war deswegen sehr wichtig. Also eine Gemeinschaft, die in alle Richtungen geht, wo ganz verschiedene Leute sind, die nicht leicht zu handeln ist. Man würde heute sagen, was hat der Fräufi gemacht? Hat er etwas gemacht, was er aus seiner Familie kannte? Gesangbuch aufgeschlagen, tiefe evangelische Tradition, Gude Melb Salman, das ist der liturgische Komponist gewesen für die reformierte Kirche vor allem in Badland. Und natürlich Johann Sebastian Bach, die ganzen Koräle. Alles, was er gesungen hat in den Gottesdiensten seines Vaters, aber was auch zu Hause gesungen wurde, die hatten drei Klaviere auch in der Wohnung. Also es ging auch nicht nur um Singen, sondern um Musik. Er hatte eine Tante, die hat in Weimar Virtuosität studiert fürs Klavier und hat immer gesagt, dass der Franz heißt er, Franz List, dass er dabei war und wie sie geprüft wurde. Also solche Leute waren da in der Familie und Musik spielt eine Rolle, Musik führt zusammen, wir singen. Und da haben die, die hatten ja kein Fernsehen, da war gar nichts. Damals in Dürmdorf Tissé, in den 40er, 50er Jahren, jeden Abend gesungen. Und das Singen war, also so hat das Franché immer wieder gesagt, hat uns geholfen, über diese Zeit hinwegzukommen und auch so weiterzukommen. Genau das hat er mit den Jugendlichen gemacht, nur konnte man irgendwann mit den Jugendlichen natürlich keine Wacht mehr singen, vor allem nicht mit Spanien. Wenn nur Deutsche gekommen wären, und es gab ja Wochen, wo viele deutschsprachige da waren, aber vor allem Deutsche, natürlich kommen die diese Lieder, Jesus, meine Freude, haben wir doch gesungen, da gab es so ein Heft, das war so ein DIN A4-Blatt, zusammengeheftet, da waren die alle drin, ich habe noch ein Exemplar, das ist so völlig zerlesen, und das ging plötzlich nicht mehr. Und die Brüder gedacht, aber wir singen doch ganz schön, da singen wir denen was vor. Hat der Franché schon nicht mitgemacht. Das hat mich auch, ehrlich gesagt, damals manchmal geärgert, weil ich mir gesagt habe, wir können wirklich singen, und wir haben auch, ich habe auch eine Art Gesangsausbildung bekommen, wir haben die Responsorien solo gesungen und alles. Nee, wollte der Franché nicht. Ich glaube, dass es ihm zu beeindruckend erschien, so eine, ich sage jetzt nicht Horde, aber so einen Haufen von Männern zu haben, die also ganz toll singen, sodass keiner sich mitzusehen traut, darf man ja sagen, im Deutschen haben wir so einen Markt, traut, mitzusingen. Das wollte er nicht. Er wollte, dass alle Teil sein können davon und dass man nicht kommt, um sich da was Schönes anzuhören. Er war nicht gegen die, haben wir messen schon, bacht, er war auch nicht gegen die Mozart-Messen, aber er hat sich das Bacht-Toilett gerade nicht bei uns. Vielleicht kommt es ja mal irgendwann. Und es wurden auch einen ganzen Nachmittag in der Kirche später die ganzen Passionen gespielt, da war es aus dem Leuten drin, stundenlang haben sich das angehört, auch die Melodie. Also es war nicht, man kann das immer nicht so in eine Richtung gehen, aber was auch wichtig war, im Gebet, im eigentlichen Gebet, müssen alle teilhaben können. Ja, und da kann man dann eben auf die, auf diese ganz einfachen Gesänge, das habe ich am Anfang miterlebt, der erste war, oh Gott, das war gar kein Gesamt von Tessé, sondern Praetorius, Jubilate Deo, also nichts von Tessé, das konnte man singen, das konnte man wiederholen, das war Lateinisch, da hatten alle gleich lang weit hin zu diesen Texten. Später natürlich, wie die Leute gesagt haben, wir werden jetzt langsam Lateinisch, kamen dann die anderen Texte dazu, da war ein Komponist, Jacques Dertier, war dann ist dann die Jesuidenkirche in Paris, ein genialer Mensch, mit dem ich sehr viele zwischen den Referenzen diese Strophen auf Deutsch dann auch gemacht habe, der hat immer rumradiert und hat immer wieder die, die ist so angesetzt, die Grundmelodie, dass das gepasst hat und wenn er da was wegradiert hat, so eine Note, dann ist was von einem Abriefer mit dem Gummi auf sein Klavier, was wir da hatten, gefallen, hat er immer gesagt, das sind alles Notenleicht, Silikadarfer, Silikadarfer, also es war auch so ein Typ, für den die Musik beweglich war und der alles angepasst hat und wenn halt ein deutsches Lied war, dann hatte der Bach drin und dann hat der Mosarabische, also gesenkt für Spanisch, hat er dann Mosarabisch mit diesen Halbtönen, also der hat das wunderbar gemacht und so, dass es jeder mitzwingen konnte. Während wir in Deutschland, muss ich jetzt mal sagen, also ich war da auch immer kritisch unterwegs und habe ja auch die Deutschen da erlebt und das ist auch hier eingedrungen natürlich, das waren also Lieder mit Synkopen, die man einfach nicht singen konnte, da brauchte man eine tolle Band, die haben das auch toll aufgeführt, bloß der Volksgesang war auch jetzt, also wieder so eigentlich wie wenn anderswo Leute was aufgeführt haben und das wollte er eben nicht und er wollte auch nicht alles auf Englisch oder so, sondern er hat gesagt, nein, wir wollen also möglichst viele Sprachen haben und der, wie gesagt, der Komponist hat mitgemacht und der Fred Robert, den kennen ja manche vielleicht, der das aus ganzen Team, also mit Vollblutmusiker war, obwohl er Arzt war eigentlich und allerdings einen Nachbein hatte, der war, der hatte zu sehr schulische Methoden, der wollte ja die Leute anschriften, nicht nur zum Singen, das hätte dem Präoschee gereicht, das ist natürlich auch wieder um so eine, wieder so eine Facette herauszuarbeiten, das Singen hätte dem Präoschee gereicht, ob der Gesang schön oder nicht schön ist, war, wenn, bei den Brüdern schon wichtig, aber bei den Jugendlichen war ihm vollkommen egal, dem Präoschee war das nicht egal und der hat Chorproben durchgeführt und zwar mit einer Strenge, dass da wirklich nur die Melomanen, also die Musikbegeisterten, sage ich mal, bei ihm da durchgehalten haben und es gibt ja, ich will mir gerne eine Kote erzählen, damit es aber lustig bleibt, der geht also durch und hat die Leute genau aufgestellt, weil das war ja der Chor, der diesen Gesang tragen sollte für das Mikrofon und für die ganze Kirche, vor allem, dass auch alle gleichgesungen haben, weil das ist sehr schwierig, wenn man so verbreitet ist und sich nicht hört, der hat jetzt ein Chor aufgestellt, alt, wie ist es, alt, sobran, tenor, bass, glaube ich, oder umgekehrt oder irgendwie, dann ist der rum, da hat die singen lassen und sagt dann zu einem, was sind Sie denn, also mitten in den Tenoren oder so, und der hat gesagt, was sind Sie denn? Da hat er gesagt, ich bin katholisch. Das war eine strenges Geschichte und der Pré-Roger war da nicht gut dabei, weil er gesagt hat, es passt nicht zu viel. Das hat nicht so der Art, wie wir die Liedeinigung oder welche Gesprächsgruppen hier vorgeschlagen ist, ich habe kein, gut, aber er hat es nicht abstellen können, der Pré-Roger war der Scherker und er hat die Leute weiterhin also etwas vertieft angestieft, sozusagen ich weiß. Ja, jetzt kamen also diese Lieder eben, die man immer wiederholen konnte und Pré-Roger hat gemerkt, dass diese Lieder so waren, dass die Leute nicht mehr aus der Kirche gehen wollten, die Jugendlichen. Das war eine Geschichte, denn am Anfang war das nicht so. Es hat sich Stück für Stück entwickelt und einmal weiß ich noch, sind wir ausgezogen, so nach der Reihe nach, die Bilder, wie das halt so ist, in so einer Gemeinschaft waren in der Sagristai, Pré-Roger war ja der Erste, der war eigentlich durch und wieselt zurück zu der Tür, wo wir immer raus sind und sagt, die singen ja, die singen noch, die singen ja weiter, ohne uns. Und ab dem Tag wurde in der Kirche gesungen, das Ultimo. Und ich werde jetzt wieder nicht da rausheben, aber ich war jemand, der hat das abendelang immer wieder eigentlich nach dem anderen angestimmt und die Leute haben mitgesungen und natürlich waren andere da, die mitgeholfen haben. Später gab es dann so eine, also so ein, wie nennt man das, was es da auch wie ein Klavier hat, aber die Jugend wie eine Gitarre oder da konnte man so einstellen, das sind ein Keyboard, genau so ein Keyboard ist da gelaufen und dann war das schon leichter, aber am Anfang haben wir das ohne gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich einmal in einer Nacht der Karwoche, also Karfreitagnacht auf Ostersamstag, da war ja in Tosime eine große Osterfeier, über Osterwochenende, dass ich einen Gesang, da habe ich, na gut, ich war da so aufgelegt, weil ich mir gedacht habe, sowas gibt es überhaupt nur in Gesee, wir haben den einen Gesang, ich glaube, ein Miserere May, haben wir so lange gesungen, oder ich mit den Leuten, die Leute mit mir, wie auch immer, bis wir oben wieder in der Oktav reinkommen. Also wer Notenlinien und so kennt, der weiß, was das ist. Es singt natürlich ab und irgendwie war dann die oberste Stimme ist der Tenor, war praktisch der Bass und oben kamen wieder, also die tiefen Stimmen kamen oben als hohe Stimmen wieder rein. Das ist wahrscheinlich musikalisch, also das allerletzte, was man bieten kann. Ich habe es erlebt, ich will es in meinem Leben nicht wissen und auch das, der Fräu-Baschir hat es nicht gemerkt, vielleicht hätte er das unterbrochen, aber es ist nicht unterbrochen worden, weil der in der Kirche mit Leuten zu reden und das war ihm so wertvoll. Jede Sekunde, wo jemand in der Kirche war und dass da auch nicht geblört wird, deswegen wollte er die Chorprobe auch gar nicht. Da sagt der Chorprobe, da ist schon wieder eine Stunde weg, wo in der Kirche rumgesungen und rumgemacht wird, sondern wo die Leute aber auch in der Ruhe da drin sitzen könnten. Also so war der, ganz einfach. Also diese beiden Dinge, die Stille und die Gesänge, das war ihm ganz wichtig und dann natürlich ganz klar. Jetzt gehen wir wieder rüber von der Kontemplation und auch dem Gebet rüber zu einer Aktion oder von der Kirche zur Gesellschaft, wie man das sehen will, aber es gehört ja immer alles zusammen. Natürlich, dass das, was er mit den Flüchtlingen begonnen hatte, dass das weitergeführt wird. Und da sind dann viele Formen entstanden, zum Beispiel waren Brüder auch in der Gewerkschaft irgendwie tätig und sind auch in Mosulimien, das war praktisch das Ruhrgebiet, oder das könnte man sagen so höchst alpine so in diese Richtung, aber das waren Gruben, wo also Leute auch oder Stahlverarbeiter, also dieser, da haben zwei Brüder dann gewohnt. Wie die ersten zwölf Brüder waren, hat es geheißen, die Kommune ist jetzt schon sehr groß. Also wenn wieder welche kommen, dann können die ersten weggehen und die haben dann unter den Arbeitern dort gelebt, bis sie rausgeflogen sind, weil sie Gewerkschaftsarbeit gemacht haben. Und diese Gewerkschaftsarbeit und ein Sinn für gutes, aber idealisiertes gesellschaftliches Engagement, das gar nichts mit der Kirche zu tun machen muss, sondern intelligent ist, vom Herzen kommt noch mehr, mit der Intelligenz des Herzens kann man vielleicht sogar sagen, dass ich eine Mikropolitik mache, also das heißt, dort wo ich lebe, mich um die Leute kümmern, kümmere die also zu denen gehören, die da am schlechtesten abschneiden im Leben, die am meisten drauf bezahlen. Und das ist ja jetzt in Wien, überall gibt es das ja und einige von ihnen sind da auch drin, aber das war für den Fäu-Schema auch ganz wichtig. Ja, wenn du, er hat es mal anders gesehen mit der Arbeit, er wollte ja auch, dass die Brüder ihr Leben selber verdienen, also wenn du tief beten willst, glaube ich, in dieser Texte eine Regel, die Quelle von Tissé, musst du, wurde erfolgt besetzt, in harter Arbeit stehen. Also Faulenzer und bloß Faulenzen, weil man Gott liebt, das ist irgendwie nicht so ganz. Thessalonicher Brief ist das ja im Grunde. Paulus schlägt sich auch schon wieder um mit dem Christen Thessalon. Wie sagen wir, wenn man glaubt, dann läuft es ja irgendwie. Kommt schon irgendwo her. So war der Präumstieg nicht, aber eben nicht bloß wir kommen durch, sondern alle sollen durchkommen. Er hat auch mal eine Weile eine Evangelische Part, die er sogar noch betreut, in Chalon, auch Solidarität mit der Ortskirche, hat aber sehr viel gemerkt, dass man mit der Evangelischen Kirche allein in Frankreich nicht so eine Ortskirche leben kann. Dann kommen wir zu sehr in ein bestimmtes Milieu, sondern es muss schon flächendeckend sein. In einem Land, wo 90 Prozent katholisch waren früher, da war das klar, aber er hat ganz in Solidarität mit den Evangelischen Christen da gelebt. Und auch mit den Orthodoxen übrigens. Und ich glaube, sie haben da auch, weil die sind ja in dieses Bergerweitergebiet gewandert vom Osten. Und da hat er also ganz großen Wert drauf gelegt. Wenn er in Makon war und hat er Gottesdienst gehalten in der Evangelischen Kirche, was hat er danach gemacht? Er ist in das kommunistische, da war wirklich Kommunismus-Gewerkschaftshaus gegangen. Also es hat ihm nicht gereicht, vor der Kirche im Abkommen Grüße noch auszutauschen, bleib behütet, schöner Sonntag oder so, sondern er musste ganz woanders hin. Und das ist auch etwas, wie das ganz woanders hin müssen, wie das alles in der Breite erleben. Er war natürlich ganz klar gegen das, was aus dem Kommunismus gemacht wurde oder diese letzte Dependenteform, die er dann hätte honorieren sollen, bei einem Besuch natürlich nicht in Wien, sondern in Prag. Da sind wir jetzt vor dem Mauerfall in den 80er Jahren. Da ist er hingefahren, in der DDR konnte er offiziell landen, konnte er auch Gebete machen mit zwei Kirchen, mit jungen Leuten, konnte er kein Auto in der DDR nach Hesse fahren. Und da wären die Russen in einem Teil von Österreich geblieben, was Gott verhütet hat. Und 1955 war da Schluss mit dem Spuk, mit dem ganzen Spuk. Aber dann wäre das ja auch so gewesen. Außer einem Sektor von Wien dann eben auch. Also so war es ja in Deutschland. Es konnten ja aus Ostberlin und dann im Rest, also die DDR konnte ja keiner kommen und Frieroci konnte hinfahren. Aus Prag konnten einige kommen, aber mit viel größerer Gefahr. Denn sie wurden gefilzt. Die konnten kein Blitz aus Tissé, also so Schriftstücke von Tissé konnten die gar nicht mitnehmen, weil die waren ja offiziell mit Interrail unterwegs, heute Europa anschauen, da haben sie eine Visa gekriegt. Aber wer sich religiös betätigt hat, aber manche von ihnen, die wissen es besser nicht, die konnten natürlich, da mussten richtig aufpassen und haben auch den Teil ihre Jobs verloren und sind halt dann Heizer geworden und keine Akademiker mehr gewesen und was auch immer. Jedenfalls Reorci hatte also eine Einladung von Kardinal Thomas Schmitt war das damals Reizdom und ist dann natürlich hingefahren, kam auch rein, ist auch nicht selbstverständlich und hatte aber kein Recht, ein Wort zu, wie ich jetzt hier, also in der Kirche dann zu sagen, also sein Wort an die Leute zu richten. Es wäre aber gegangen, wenn er neben dem Reizdom zur Regierung wäre, hätte ich gesagt, hallo, ich bin der B.U.G., freue mich, dass ich hier bin und achte und so weiter. Nichts. War mir vollkommen klar, da geht er nicht hin. Wenn die kämen, wenn ein Regierungschef kommt und sagt, ich bin in Problemen, hätte der B.U.G. mit dem Knoten angeredet, aber nicht so, dass die Leute den Eindruck haben, hier der Präobus hier paktiert, bloß damit er reden kann, weil das ja dann pastoral so effektiv ist und er endlich seine Erträge und was er alles sagen kann, dann den Leuten geben kann, wofür wäre er eigentlich so weit? Na, dann wird halt nicht geredet. Und dann ist Folgendes passiert, dass er einfach wie ein Besucher, aber natürlich im Wachsen gewandt, das konnte mir ja keiner ausziehen, in die Gottesdienste gegangen ist. Ich glaube, im Teil für Katholische und in einem Evangelischen so ein überwahrtes Verhältnis. Und bei den Katholischen, das hat er nämlich später noch alles hartlein erzählt, bei den Katholischen war es halt so, dass da irgendwann die Kommunion auszeichnung anfing, also die Kommunion. Und bei der Kommunion, bei den jungen Leuten, hat sich die gesamte Kirche in Bewegung gesetzt. Also natürlich waren die auch irgendwie an der Kommunionbank oder so, aber es war halt, also es saßen nicht mehr alle ruhig in ihren Reihen und der Fräugier irgendwo, sondern die haben sich alle in Bewegung gesetzt, und zwar so, dass alle an dem Fräugier vorbeikommen, die Blinke haben sich gekreuzt, vielleicht hat er auch gesagt, der Friede sei mit P. auf Tschechisch oder Pax Tekum, und das war es. Und das viermal, und das noch in der Evangelischen Kirche, wo leider kein Abendmahl war, da war es ein bisschen anders, aber ging auch. Und Fräugier ist wieder gefahren. Und das ist ganz tief gegangen. Und da haben die Leute gemerkt, da kommt einer, der wirklich bei uns sein will, nicht irgendwie und auftreten will, und was sagen wir es, bei uns. Und das war, glaube ich, wenn man sagt, Anstiften zur Gemeinschaft, oder, also das gehört für mich jetzt in diesen Bereich, dass Fräugier immer irgendwelche Wege fand, Sachen aufzulockern, aus dem Weg zu gehen, was er von seinem Gewissen nicht beantworten konnte, und dann kam aber was ganz Tiefes dabei raus. Das muss man erstmal so hinkriegen, denn heute kann man das leicht erzählen. Aber wenn man im Prozess drin ist, das ist ja auch wie das Verhalten in Diktaturen, hinterher sind alle schlau, und manchmal möchte man einfach zu Leuten sagen, sie sollen, wenn sie selber eine Diktatur hinter sich weiterreden, aber jetzt hat er mal den Schluss, füllen wir ja nicht hin, aber wenn man nämlich irgendwo drin ist, sieht ja alles ganz anders aus. Also das war die große, große Geschichte. Jetzt könnte ich natürlich uberlos weitermachen. Ich hatte ursprünglich gedacht, wir machen so, wir nehmen, aber das wäre jetzt nicht zu formal gewesen, und wäre dem Präugier auch nicht so entgegen gekommen. Wir machen so, dass wir die Zweierjahre nehmen, weil wir sind in 1922, Präugier geboren in 1915, ich habe immer gesagt, wir datieren noch von vor der russischen Revolution, vielleicht hat auch den Kommunismus irgendwie sich interessiert für Leute, die da Rechtschaffen suchen. Gut, 1922 war da sieben, da ist er das erste Mal nicht mehr in der Geborgenheit in der Familie gewesen und hat die Erfahrung gemacht, dass ein Vaterkind in der Schule gehänselt wird. Und zwar vor allem von Kindern, wo der Vater Brandwein trinkt und sein Vater versucht hat, den Brandweinkonsum einzudämmen in einem kleinen Dorf oberhalb des Neuschatellersees. Man muss vorstellen, wie der Pfarrer dann angesehen war in der Bevölkerung. Und sein Sohn musste in die Schule und das hat so geändert, dass er zu Hause unterrichtet wurde mit zwei anderen. Also der hat eigentlich die Schule nicht so miterlebt, aber sie merken schon, dass er eine Aversion in die Schule entwickeln konnte. Das war 1922. 1932, war er 17, hat er eine Krankheit ereilt. Und eine Krankheit hat ja viele, viele Seiten, eine möglicherweise lebensbedrohliche, aber sie unterbricht auch. Und ohne irgendeine Krankheit schönzureden oder in eine Seuche, kann man sagen, es gibt sehr viele Menschen, die, weil sie ein Leiden haben oder schon krank waren, weil es Unterbrechung gab in ihrem Leben, eine Feinfühligkeit entwickelt haben, auch die andere noch überwarten haben. Das ist sicher. Und das war bei dem Fré-Roschi auch so. Und mit der Krankheit war aber ein Missverständnis verbunden, nämlich, dass seine Eltern ihn schon aufgegeben haben. Die wollten ihn nämlich zu Hause haben, weil sie gesagt haben, wenn der kleine Rochie nicht mehr lange lebt, also 17-Jährig, aber für Kinder, für die Eltern sind wir immer der Kleinen, dann wollen wir ihn bei uns gehabt haben und nicht irgendwo in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung deponieren und dann hinfahren, wenn die anrufen, er wäre gestorben. Tuberkulose hat er gehabt und das war damals nicht lustig. Also sie hatten ihn im Grunde, das hat er dann gespürt, nicht diese Liebe, dass er bei ihnen ist, sondern das kam bei ihm anders an, nämlich sie haben mich aufgegeben, also diese Verlassenheit ist auch eine Triebreder für ihn gewesen, jetzt nicht sich in eine Gemeinschaft zu werfen und zu denken, alles dreht sich um ihn. Also da kann ich beeilen, dass er sehr frei war. Mit Hilfe der Kirche der Zukunft, nämlich der von Christus abhängt und nicht von einem Einzelnen. Deswegen hat er die Kreuzikone überall rumgetragen, damit die Ikone die Mitte ist und nicht seine Rede und wenn er da kommt, auch in Wien weiter und und er hat gedacht, er ist aufgegeben, er hat sich vollkommen verlassen geglaubt, dem Tod geweiht und das ist ihm lange nachgegangen. Aber daraus hat sich in ihm irgendetwas zusammengebaut, was ihm dann eine solche Gemeinschaft ist, weil die Community war, was er jetzt mal war, natürlich auch noch ist, dass er das getragen hat. Aber ich weiß, dass er auch mitten in dieser Gemeinschaft auch sehr einsam war, dass er vieles auch bitter empfunden hat und damit leben musste. Das haben viele nicht gesehen. Ich würde es nicht vergleichen mit den dunklen Glaubenszeiten von Mutter Teresa, das haben ja auch viele nicht geglaubt, haben gedacht, die lebt das Kindermännchen Glauben irgendwie. Nein, das ist natürlich schon ein Herz, wenn man sich da einlässt. Und bei ihm war das dann so, dass er wirklich sich auch da manchmal verlassen gefühlt hat. Es war beeindruckend, das zu erleben. Und da konnte auch keiner was saubern, dass er sich wiederholig gefühlt. also war nicht sogar 42 kam schnell, 42 sind die Deutschen von der besetzten Zone habe ich gesagt, die mussten weg, die sind zwar erst am 11. November, das war die besondere Schmach für die Konsolen, weil der 11. November der Waffenspielstatt vom Ersten Weltkrieg war, wo Deutschland unterzeichnet musste, dass sie das Krieg verloren hat. Dann sind die Nazis am 11. November 42 in den Süden, das Wüten rüber und weiter und andere Geschichte, aber jedenfalls Treroci musste weg, weil er denunziert wurde, und zwar von Franzosen. Das hat ihn am meisten gewohnt, dass das angezeigt wurde, und zwar von Leuten, die am schlechtesten nachher mit den deutschen Kriegs gefangen umgegangen sind. Das hat er nie, nie akzeptiert. Er hat gesagt, wie kann man, die haben sich dann reingewaschen, die waren immer irgendwie, gibt es halt überall, jedenfalls musste er nach Genf, und da hat er mit den ersten Jahren das richtige gemeinsame Leben angefangen, Fred Max, Pierre, und dann kamen noch andere dazu, und dann wieder, zehn Jahre später, mal ein schneller, wir wollen ja noch fragen, war 1952, was war da, nach zehn Jahren gemeinsamen Leben, nicht vorher, hat Freroci sich hinsetzt, im Winter, die Winter waren ja immer lang und kalt, und es gab noch Fernsehen, also was hat er gemacht, er hat eine Rhetische und die war schon sehr lang vorbereitet, weil er immer zusammengesucht hat, was sind Orientierungspunkte, das war, was er oft in den Mittagessen gebetet hat, die nicht Armut käuchert und geordnet, sondern es war, hört mir, Geisterselepreisung war es genau, lass uns Leben im Geisterselepreisung, Freude, Einfachheit und Barmherzigkeit, das kam nicht von ihm, das war von dieser Gruppe um einen Monogam herum, von Pfarrer, wo er aber als junger Studentin bleibt, er hat eine Studentenarbeit gemacht, in Lausanne und in Straßburg und hat da also praktisch diese drei Punkte gehabt und um die herum hat er immer mehr notiert, was halt das Minimum hat er gesagt, das Minimum, was für einen gemeinsamen geistlichen Leben nötig ist, nicht mehr. Diese Regel ist sehr oft verändert worden, da sind wir jetzt wieder so an der Liturgie, also diese Regel wurde ständig verändert, bis in die letzten vielleicht paar Tage hinein und hat vor allem dann eine Änderung des Titels erfahren, die natürlich ganz programmatisch ist, wenn man das so verwenden will in dem Zusammenhang, die wurde von den Regeln zu den Quellen kontesiert, also weg von der Regel und der Regelten, sondern hin zu den Quellen, eigentlich eine Parallelität zu dem, was im Gottesdienst passiert ist, wir beten hier nicht ein Stundengebet herunter und wenn wir die drei Gesangeln haben und dann ist hier noch dazu, dann ist das erledigt die Pflicht und dann kommt die nächste, sondern es ist ein Ort, ein Moment in der Musik, in der Stille, natürlich im Wort Gottes, von dem habe ich jetzt leider denken Sie sich das ja dazu, weil das war natürlich ganz wichtig und vor allem dieses Wort Gottes ja in der Spille dann an die Leute eingetroffen, das wurde ja nicht erschlagen von anderen Worten, sondern das stand ja nackt und bloß und scharf, kann man auch sagen, stand das ja da, aber er eben, er hat das alles dann mit reingenommen und hat das in die Quellen, so wie die Gottesdienste Quellen wurden, auch dieser Regeltext, also die Quellen von Tizé und das hat natürlich in der Zeit mir das dann natürlich schon sehr gut getan. Irgendwann ist mir dann eines aufgefallen, das war sogar erst in der Zeit, wo ich dann in Deutschland wieder war, der Fré-Rosé hatte eigentlich nie, was man selten findet, aber vielleicht öfter als man denkt, nämlich, dass es Menschen gibt, die zugleich die Regeln und die Ausnahmen zusammen sehen können. Also so klar eine Regel ist, von der man nichts wegnimmt, so klar gibt es Ausnahmen. Ich will das jetzt nicht mit dem Jesus-Wort zu verbinden, ich nehme nichts vom Gesetz weg, sondern ich erfülle es, aber es ist eine Verwandtschaft da. Also das heißt, dass ich jetzt zu erfüllen, da gehört ein bisschen mehr dazu, als dass man das zum Beispiel auswendig lernt. und jetzt habe ich bei ihm wirklich ganz wenige Leute, die das schaffen. Und der Oberbegriff wäre Güte. Also mit der Güte des Herzens, wie eine alte Oma, sage ich mal, das wollen immer sagen, jetzt ist mehr der Opa, ein alter Opa, der also wirklich natürlich sieht, was dem Enkeling guttun könnte, aber man auch sagt, das wäre so und so, aber es ist halt dann doch ganz anders und das hat halt auch Platz. Und das war also auch so entschieden. Und ich glaube, dass das sehr viele Menschen angesprochen hatten in der Zeit. Ich meine, wir hatten ja zum Teil noch die Generation, die sehr streng erzogen worden war und das hat sich halt auch uns dann auch nochmal ausgewirkt. Wir sind dann schon anders geworden. Vielleicht ist heute, gibt es nur noch Ausnahmen in keine Regeln, das sind vielleicht manche Leute heute so. Es muss eben, wie gesagt, eine Balance geben, aber es muss auch beides geben. Und das hat er geschafft und das hat er besonders geschafft, aber auf die Frage ich halb wird. Und sei es mit einer Frau, wenn man in der Gemeinschaft war, denkt man, das ist der Himmel auf Erden, es ist er eigentlich auch, aber es kann auch mal sein, dass man dann sagt, naja, vielleicht war es in der Gemeinschaft anzugehen. Also ich dachte, dass kein Mensch wird, der praktisch zweimal hin und her gewissen ist, dann voll den ein, was ich meine. Also da ging es auch nicht, mit der Treue und so. Treue haben wir eigentlich nur vor sein Getreu bis in den Tod und ich werde dir den ganzes Lebensgegnis doch offenbaren, oder? Da habe ich mich geirrt. Ja, was war das? Das war der Konfirmationsspruch von Treue wie er konfirmiert wurde von seinem Vater. Obwohl er damals gesagt hat, zu seinem Papa ins Büro, das war nämlich die Generation, die sehr streng war, er hat gewagt, zu seinem Vater ins Büro zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, es ist zwar die Konfirmation in ein paar Wochen, aber ich kann leider nicht mehr glauben, Glaube ist weg, zum Sohn vom Vater in einem kleinen Dorf und sein Vater dann entschieden hat, dass das für ihn, also dass er das irgendwie versteht, aber dass das kann nicht gehen. Es ist absolut undenkbar, dass ein Konfirmationsjahrgang also vollzählig aufmarscht wird und der Sohn vom Vater ist nicht dabei. Das hat den Treue innerlich auch wieder mit seiner Sensibilität das da also dass er das machen musste, obwohl er innerlich gar nicht da war. Sie sehen schon diese Rechtschaffenheit, die anderen müssen, die anderen kommen, das machen wir anders. Ja, vielen, vielen Dank, also wir könnten jetzt zwei Stunden länger zuhören und Sie könnten vier Stunden länger reden, die Punkte müssen wir jetzt wirklich entsparen. Ja, was ich jetzt mitgenommen habe, alles von den Menschen her sehen und alles von den Menschen her denken und gestalten. Das war so ein Grundzug von Ferroger. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ich sehe eine Bitte, also in dem Fall auch kurz, ich nehme vielleicht auch zwei Fragen oder drei Fragen gleich zusammen, dass wir das bündeln können, also eins, zwei, drei, bitte. Ja, danke für einen sehr interessanten Vortrag. Ist es ein Sinnvoll, dass der Ferroger elf Kilometer nördlich von Fünnig gelandet ist? Für mich, ich glaube, die Rolle braucht man nicht extra betonen, 1200 größer sind von dort gegründet worden. Das spirituelle Zentrum Europas vom Hölf im 13. Jahrhundert. Die zweite Frage, die Rolle der Päpste, er hat ja mit Johannes dem 23. ein ganz spezielles, speziellen Kontakt gehabt, aber dann eigentlich die anderen Päpste, auch Benedikt, waren nicht unbedingt, glaube ich, die Seebeins. Und ich glaube, sie haben schon beantwortet, die zweite Frage, warum sind sie anders die Dämpfe? Das sind schon drei Fragen, weil ich bin jetzt schon bald 70 und vergessen die Frage. Ich mag es aber ganz kurz. Erste Frage war, also ganz einfach, Päpste ist nach Frankreich gefahren, er hätte ein Haus, ein tolles Haus geben können, war aber zu nah am Geld. Er hat gesagt, ich muss allein anfangen, wenn ich immer am Wochenende so Eltern fahre, wird dann nie was raus. Also er ist weitergefahren, kommt nach Pionie, weil er natürlich Pionie anschauen wollte, dachte, dass die der Riesenkirche, waren natürlich nur Räumen da, aber er ist wie jeder Tourist eigentlich da hingefahren, aber in Pionie war eine Anwaltskanzlei und da war ein Haus angeboten zu einem relativ billigen Preis, eine unverkäufliche Immobilie und die war in Tesee. Und da ist er mit dem Rad dann, der war ja per H unterwegs, ist er dann nach Tesee gefahren, hat eine Frau zu ihm gesagt, die Winter sind wohl lang und dunkel, bleiben sie doch bei uns. Das war für ihn eine Stimme des Evangeliums. Ich habe jetzt wenig vom Evangelium geredet, aber das ist natürlich mal ganz klar, was er natürlich die Bibel mit der Muttermilch getrunken und hat das gekriegen und dann ist er dahin. Das Haus war eigentlich nicht so behakt, aber er hat dann auch noch irgendwas gekriegt und die Frau hatte eine Novene angefangen, dass sie das Haus verkauft und das war so verarmter Land mit einem viel zu großen Ding. Das war jetzt gab es natürlich ein Problem, der hat sich mal kurz ab von E Priva und Quini genannt oder I wurde genannt. Da gab es einen solchen Aufgang in der damaligen katholischen Kirche, dass er sofort das mit dem Päpste nie mehr erwähnt hat. Aber natürlich Päpste ist ja klar, also die Sassienser und die Benediktiner, also diese Erde dort hat schon eine tiefe monastische Bewegung. Zweiter Päpste, die Päpste, ja. Also das ist ganz einfach, der Fré-Rogé war sehr schnell zu beeindrucken. Also wenn ein Journalist kam, ich habe mich zum Teil um die Pressearbeit gekümmert, habe ich den schon gesagt, wenn sie vom Fré-Rogé was erfahren wollen, dann lassen sie erstens mal was sagen und stellen sie keine manipulativen Fragen, weil der kriegt das sofort raus und dann ist zu. Dann sagt er zwar ein paar Sätze, aber die sind eigentlich uninteressant. Die Intelligent haben sich dran gehalten. Warum sage ich das jetzt? Weil der Fré-Rogé beeindruckt war und einer, der ihn jetzt im guten beeindruckt hat und nicht eingeschüchtert hat, wie man sagen müsste, war Johannes der 23. Johannes der 23. war ein Bauernsohn, der mit beiden Beinen auf der Erde war, der sehr schnell seiner Familie gesagt hat, ich bin so als Papst, aber es gibt keine Lira. Der hat einen sicher Grund, das zu sagen. Der war ein ganz ähnlicher Mensch und wie die Brüder das erst kamen, der Max 23. war ja Nunzius in Paris gewesen eine ganze Weile, bevor er dann, glaube ich, Orien gegangen ist, bevor er dann Papst wurde. Und der kam an und der macht so bravo, bravo, die Serie. Er hat sich gedacht, er wird sich so hinstellen, da kann ja nichts mehr passieren. Und er kannte natürlich auch, hatte alles gelesen. Ja, gut, war Johannes der 23. Dann kam Paul der Sechste. Und der gemerkt hat, wie dieser Mann leidet unter seinem Amt. Er hat mal gesagt, wir haben ihn gekreuzigt. Wir haben ihn gekreuzigt. Das war auch ein natürlich ganz anderer wie Johannes der 23. Der war ein sehr intellektueller Mann, der auch in einer ganz schwierigen Zeit dran war. kam Johannes Paul der Zweite. Johannes Paul dem Zweiten den kannte er schon als Karol Votiva, weil er oft in Polen war, der Prévogier auch bei Walfahrten und so. Und Johannes beim Zweiten hat er vor allem immer gesagt, er hat ganz früh seine Eltern verloren. Den hat er sehr geschätzt, aber natürlich war das dann schon ein bisschen schmerzlich, dass schwierig und Benedikt übergehe jetzt einfach mal und den anderen hat er nicht mehr erlebt.